hallo ihr lieben heute ein thema worauf ich keine antwort weiß aber ich möchte dieses thema trotzdem gerne einfach mal auf meinem kanal ansprechen und zwar geht es um schlafprobleme viele von euch kennen das ich habe auf instagram gestern sehr früh am morgen ein post abgeschickt und auch fragen habt ihr irgendwie bock darauf dass wir mal ein video machen also ich weiß wirklich nicht die antwort aber vielleicht können wir uns hier so ein bisschen austauschen und man hat das gefühl ein besseres gefühl man ist nicht alleine das ist nämlich genau das problem also es gibt verschiedene möglichkeiten der schlafstörung die einschlafstörung und die durchschlafstörung also ich leide speziell unter der durchschlafstörung das heißt ja so gegen vier war es das da bin ich macht's bing und ich bin glocken wach und das war es ich könnte aus dem bett springen und los rennen und arbeiten gehen weiß der fuchs und das ist nicht gesund egal wann ich ins bett gehe ich habe mir schon eine gewisse schlafhygiene antrainiert das heißt ich gucke keine aufregenden filme ich habe ein gut durchlüftete schlafzimmer kein mühliges schlafzimmer das heißt ja man soll das soll ein ort der ruhe sein und nicht der unordnung ich trinke abends so einen tee ich habe ein lavendelsäckchen im bett ich trinke kein alkohol obwohl mit einem glas alkohol habe ich auch schon mal probiert das heißt man schläft zwar super ein aber wacht trotzdem auf und ist dann so ein bisschen ja ich mache abends öfter noch gerne spaziergang obwohl ich jetzt keinen mund mehr habe aber frische luft tut gut ich bewege mich auch am tag ich esse nichts schweres also gut es gibt also die akuten schlafstörungen die gehen so zwischen vier bis sechs wochen es gibt die subakuten schlafstörungen die gehen um die sechs monate und die chronischen und ich leide unter der chronischen schlafstörung und begonnen hat die ganze scheiße auf deutsch gesagt mit den wechseljahren so da haben wir nämlich den salat also auch viele junge frauen haben schlafstörungen das beginnt natürlich jetzt eigentlich damit wenn man ein baby hat klar dann hat man keine durchschlafende nacht mehr weil das baby ein jahr braucht da fängt es eigentlich an aber das legt sich dann wieder dann können natürlich auch lebensumstände mit dazu beitragen jetzt eine scheidung oder ein tod oder verlustängste ängste ängste sind auch so etwas was uns ungemein quält also das problem ist ja wir können ja unser unterbewusstsein nicht verarschen das meldet sich ja dann nachts gerne und dann geht dieses gedankenkarussell an und rattert und rattert und dreht sich und dann denkt man der körper ist total müde und der kopf ist glocken wach und dann geht es los und das war's dann schlaf ade ja was kann man machen also ich weiß nicht vielleicht habt ihr ein paar ideen ich habe keine mehr ich bin irgendwie mit meinem latein am ende ich weiß es nicht mehr ich bin noch kein freund von schlaftabletten ich habe meine beste freundin ist ärztin und die hat mir dringend davon abgeraten weil diese synthetischen stoffe die man dazu sich nimmt die erzwingen zwar den schlaf aber es ist kein erholsamer schlaf ja und die erzeugen auch so ein suchtpotenzial das heißt man wird ja süchtig danach und unter anderem quält dann diese tagesmüdigkeit also von gesundem schlaf kann keine rede sein und der gesunde schlaf ist so wichtig für uns für unser wohlbefinden für unsere gesundheit für überhaupt für unsere nerven für alles ja bloß was wir mal machen also ich habe auch pomyopratische sachen ausprobiert hilft auch nichts man wird ja zugeschüttet auch im netz wenn man sucht oder wenn man den begriff schlafstörungen eingibt was einen alles für tipps gegeben werden also man lässt unendlich viel geld überlässt unendlich viel geld der pharmaindustrie probiert aus in der hoffnung bitte alles wird gut lass mich einfach schlafen aber es hilft nichts also ich weiß es nicht ich bin mit meinem latein am ende vielleicht habt ihr eine idee was man noch machen könnte ich habe einige süße abonnenten und follower auf instagram die mir auch schon mittel hin zugeschickt haben also zugeschickt haben in form eines fotos hier ich habe es damit probiert war auch nichts ich habe es damit probiert war auch nichts ich habe es damit probiert war auch nichts ja das ist nämlich eine endlose kette von das war auch nichts und naja vielleicht sind ja die zuschauerinnen dabei also erstmal herzlichen glückwunsch all denjenigen die einen gesunden guten schlaf haben also durchschlafen können man soll nicht zu viel schlafen zu wenig ist aber auch nicht gut ich meine ich rede immer von der senilen wettflucht ja ich springe wirklich aus dem bett weil wenn ich mich dann da weiter rumwälze bringt es auch nichts ne also die senile wettflucht mit mitte 50 ist glaube ich ein bisschen früh gut also was machen was tun weil ich ich weiß es nicht ich bin ein bisschen verzweifelt bin ich nicht ich war eine zeit lang sehr verzweifelt weil es schon über jahre geht aber besser ist es glaube ich einfach das problem anzunehmen ich gehe damit also ziemlich easy um weil hilft ja nichts ne jammern füllt keine kann man so aber es raubt einen schon irgendwie den nerv und man sagt zwar im alter braucht man weniger schlaf aber so sechs bis sieben stunden wäre schon nicht recht also noch mal ich habe irgendwie den faden verloren also die frauen oder die menschen die das jetzt sehen die sechs bis sieben stunden schlafen ihr könnt euch glücklich schätzen ihr könnt euch jeden morgen also auf den boden schmeißen und beten bitte ja danke lieber gott dass du mich erst schlafen lassen weil das ist ein geschenk guter schlaf ist wirklich ein geschenk und diejenigen die das jetzt schauen und auch nicht gut schlafen können und zu wenig schlafen die wissen genau was ich meine und würden sonst was darum geben endlich wieder schlafen zu können ja das war jetzt mal so ein kurzer einspieler für den sonntag mit ein problem was ich nicht lösen kann ich würde es so gerne ich würde so gerne mich her setzen und sagen so ich habe jetzt das ultimative mittelchen für euch und ihr habt nie wieder schlafprobleme das gibt es aber nicht vielleicht gibt es aber gut ich glaube nicht dass es das gibt es wäre zu schön um wahr zu sein aber vielleicht habt ihr noch ein paar sachen also ich würde es schön finden weil es ist ja so ein kanal wo nicht nur ich laber sondern wo ihr euch auch untereinander tipps gibt wo untereinander die kommentare gelesen werden von den zuschauen und ihr euch da weiter helft also dass es nicht nur über mich geht und das finde ich ganz toll und vielleicht kommen ja da so ein paar ganz konstruktive ideen und vorschläge wo der ein oder andere was daraus entnehmen kann und sagen mensch ja ich probiere das mal aus so das war sinn und zweck meines problem videos was ich nicht lösen kann schlafproblem ihr lieben es ist sonntag ich hoffe ihr habt gut geschlafen und nicht zu wenig geschlafen und was ich vielleicht den tipp den ich geben kann nicht hadern also schadern bringt gar nichts ne dieses hadern macht ernähren noch nehmt das einzige was ich euch wirklich empfehlen kann nehmt es an nehmt dieses problem an es ist so wie es ist ne und vielleicht ändert sich ja mal irgendwas also die wechseljahre sind jetzt bei mir zum größten teil vorbei die haben ungefähr zehn jahre angedauert zehn jahre leute ich sag euch das war so ein mist ich habe keine hormone genommen ich habe auch keine ersatzhormone irgendwas pflanzliches genommen ich bin da durch wie so eine richtige frau ich bin dadurch und so und meine hoffnung ist ja dass das irgendwann mal aufhört ne vielleicht 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 hört das auch auf wenn man gelassener ist weil dieses leben macht dann ja auch so das ist ja anstrengend dieses leben geworden es ist anstrengender geworden und wir haben so viel um die ohren und so viel im kopf und so viel beschäftigt uns und wir haben ja kaum noch auszeiten ne und 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 sind hier und da und überall und irgendwie werden wir auch gezwungen so mitzurennen wenn du dann stehen bleibst wirst du umgerannt ihr wisst was ich meine ich rede jetzt in bildern man muss ja mitlaufen und dieses mitlaufen das stresst natürlich ne also nicht nur jetzt eine scheidung und arbeitsverlust und verlust eines partners oder auch viele kleine andere dinge die einen so umtreiben die ein psychisch belasten die psyche ist eben so ein kleines wunderwerk in uns und die müssen wir eigentlich jetzt schön und tätscheln und pflegen und das ist manchmal gar nicht so leicht weil wir oft auch raubbau damit betreiben mit unserer psyche also fangen wir mal an mit der psyche also ich versuche das jeden tag und schöne gedanken haben beim einschlafen schöne gedanken haben also ich lese mal ein schönes buch nichts aufregendes also kein krimi irgendein schönes buch habe meine lavendelsäckchen da rumliegen denke naja lavendel es ist ja auch beruhigend wie gesagt einschlafen kann ich ja ganz gut nur durchschlafen nicht das ist das problem anyway so noch mal ich wünsche euch wie immer das beste seid besonders gut zu euch und es wäre schön wenn ihr so ein bisschen aktivität auf diesem kanal bezüglich also dieses themas stattfinden würde wenn ihr euch bereit erklärt in die kommentare zu schreiben wie es euch so geht was ihr empfehlt und so weiter und ich glaube da bringen wir so einen stein ins rollen ich glaube das ist eine ganz gute idee also macht's gut ihr süßen das ist ein ein bisschen schwierig ja wenn ihr euch braucht dann